gestern heute übermorgen der talk über star trek pk herzlich willkommen und moin moin aus dem zehn vorne bei mir an der bar sitzen heute wie immer der arne und der frank ihr wird lang und in frieden ja und ich bin natürlich der nils schön dass ihr wieder hier seid wir wollen heute wieder ein bisschen über jean le picard reden aber zunächst wollte ich euch mal fragen meine lieben beiden mit kollegen podcaster habt ihr irgendwas neues zu erzählen ich habe neue hardware und freue mich total darauf demnächst der krasseste streaming könig zu werden weil ich habe jetzt voll das tolle equipment cool ja ich finde es auch ziemlich cool ich habe mir allerdings jetzt nichts gekauft es geht ging um den prime day ich erwäge allerdings gerade mir einen 3d docker zu kaufen weil ich mir eigentlich gerne einen farm bot bauen möchte das ist ein ein automatischer garten wenn man so möchte und der ist aber ein bisschen teuer und ich habe jetzt eben gelesen dass man dafür sich einen 3d drucker bauen sollte kaufen sollte und dass das ganze dann wesentlich günstiger ist und da mich das thema eh interessiert und ja das beschäftigt mich gerade und ja ansonsten auch weiterhin mein mein let's play projekt und ja genau es gibt so eine webseite kriegst du ganz viele 3d modelle da kannst du dir dann auch deine ganzen kleinen raumschiffen modelle basteln und die dann genau 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 also es gibt auf jeden fall eine ganze menge sachen die ich da sowieso gerne schon mal gemacht hätte und ich habe tatsächlich lang nicht mehr geguckt das letzte mal sich geguckt habe haben die meisten drucker noch irgendwie so 500 oder eher 1000 euro gekostet das ist wirklich schon eine ganze weile her und ich war jetzt relativ begeistert dass man doch schon wohl auch ganz gute modelle für so 200 bis 350 euro kriegt aber wenn das interessiert besprechen wir vielleicht einfach mal wieder in einer neuen folge quark ohne schnitte ja an irgendeiner anderen stelle in diesem internet in einer fernen zukunft ja bei dir irgendwas ich habe nur neues telefon kaufen dürfen die chef hat gesagt geht das ist jetzt aber gar nicht so interessant ich habe nachdem ich bei ein zwei podcasten mal zu gast war tatsächlich jetzt neues projekt und zwar kam das relativ zufällig dass ich im internet geforscht habe was ist denn podcasting nein ich habe gefunden einen ganz lieben kollegen den rafael schottl der hat jemanden gesucht für ein projekt das da heißt jules verns ergen und wie war der untertitel noch ach ja science fiction im wandel der zeit also das soll darum gehen dass ja rum nörden über science fiction podcast gibt ganz viele aber wir wollen uns tatsächlich nicht auf ein franchise stürzen sondern uns verschiedene sachen angucken von tatsächlich jules verne auch mal als wirklich ein alte 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 science fiction aber auch mal so ein paar sachen die nicht ganz so bekannt sind ja es gibt genug leute die auch dune zum beispiel kennen aber das ist halt nicht so mainstream wie star wars oder star trek und da noch mal gucken okay gibt es vielleicht nur ein buch oder nur eine serie oder nur film oder gibt es noch andere geschichten hat das irgendwelche auswirkungen auch wenn das kleines auf die menschen heutzutage oder vor zehn jahren und ja da wollen wir mal gucken und da haben wir jetzt gerade die nullnummer aufgenommen und nächsten monat kommt dann die erste folge raus das klingt ziemlich gut cool freue ich mich also wenn er interesse hat der link dazu den findet ihr natürlich dann in den show notes genau gut ansonsten würde ich glatt sagen gibt es was neues zu star trek pk ich habe was gesehen bei patrick stewart ja ja so ein bild wo er irgendwie am feldesrand steht und einen mantel trägt und einen hund dabei hat also eine serie mit hund die die muss gut sein woran habt ihr gedacht ganz ehrlich als ihr das bild das erste mal gesehen habt ich habe gedacht das sieht aus wie so ein generisches videospiel cover von einem videospiel wo man hauptsächlich schießt und einen männlichen weißen spielt also sowas wie call of duty oder fallout oder bla die sehen alle genauso aus ja ich also ich finde es deutet auf jeden fall irgendwie so also man könnte jetzt ja wenn man sich jetzt mal nicht auf die farb und helligkeitsgestaltung konzentriert dann würde man ja denken naja da steht jetzt so ein alter herr mit seinem hund an so einem feld an so einem weinfeld mit den fässern das könnte ja im grunde genommen so ein ich sag mal so eine so eine rentner symbolik sein aber da ist da jetzt im hintergrund ja doch schon sehr so nach konflikt und aufruhr und gefahr und ich weiß nicht was aussieht also müssen dass du die assoziationen die ich so habe also liebe hörer wenn ihr das nachvollziehen wollt dann sucht einfach einmal nach poster oder ja genau neuen poster von star trek pk und ja genau dadurch habe ich irgendwie den eindruck ja das ist eigentlich so wie arne schon sagt also ich glaube es wird es wird action geben so ich musste tatsächlich ehrlich gesagt nicht zu viel aber das ist auch nur meine persönliche meinung wenn das passiert was ich denke nämlich dass das john wick mäßig ist das foto könnte es doch ein bisschen viel action geben ja also wie gesagt ich glaube ich hätte auch keinen problem damit wenn es ein pinch mehr wäre als vielleicht in der original serie aber ich hoffe dass es eben nicht ich sag mal noch eine doch sehr action geladene serie aller discovery wird sondern dass so ein bisschen der der die vibes der alten star trek serie doch auch erhalten bleibt ich finde auch dieses cover sieht gerade mit diesem mantel den er trägt das ist ja ein ich sag mal irgendwie knielanger mantel fast und damit erinnert er mich an einen anderen berühmten brown coat nämlich den captain malcolm reynolds von der firefly über die ich übrigens einen fantastischen podcast gemacht habe unter firefly kraft werdet ihr da fündig und gerade mit diesen stiefeln und diesem mantel sieht er schon extrem aus nach der militär mode die die in der serie da trugen ja hier rein interessantes crossover ja nee ich glaube sonst gibt es glaube ich jetzt keine so konkreten wenn ja manchmal so was war das noch levar bouton hat noch irgendwas gesagt hast du vorhin schon erzählt nils liva burton liva burton ja so grob nach dem motto ging in die richtung was ja marina titis auch schon gesagt hat also ein direktes angebot sei wohl noch nicht da aber er könne sich gut vorstellen dass die alten jungs und mädels doch noch mal wieder kommen und warum nicht weil jean lüg müsste sie ja alle noch kennen und wenn nicht dann wäre das ja auch irgendwie vielleicht eine möglichkeit für irgendwie grund eine grundlage einer geschichte aber ich habe so das gefühl und das sieht man teilweise in den tweets oder instas oder facebook einträgen von den alten kollegen doch von einigen die sagen die hätten glaube ich schon interesse daran mitzumachen aber offiziell ist wohl noch nichts also ich habe zumindest noch nichts gehört oder die erzählen ganz viel und haben alle irgendwie ihre gastauftritte schon hinter sich ja denke wir müssen da noch ein bisschen warten bis es denn ja ein bisschen genauer also ich meine es ist zumindest schon mal vom tisch dass die serie große probleme hat weil nachdem ja da die showrunner frage so ein bisschen neulich umgestoßen worden ist und jetzt denn doch da das neue post aufkommen heißt jetzt zumindest es läuft weiter das ist doch denke ich mal gutes ja wir haben unseren podcast nicht direkt in den tod gestartet das wäre du gewesen jetzt hätten wir das thema ändern müssen sektion 31 podcast ja naja gut fein wollen wir mit der neuen folge anfangen die wir uns ausgesucht haben ja sehr gerne ich habe sie mir tatsächlich ausgesucht ich muss gestehen ich habe mich beim aussuchen ein bisschen getäuscht denn ich wollte gerne die folge in der das pk manöver angewendet wird und habe einfach diese hier für die gehalten und das ist jetzt aber leider eine andere naja gut also wir besprechen sie trotzdem ist handelt sich um die folge erste staffel neunte folge die schlacht bei maxia oder the battle wie sie auf englisch heißt haben wir letzte woche schon erwähnt achtung bei netflix ist es die folge nummer acht falls ihr das da zu sehen kriegt weil da mission farpoint als eine folge zusammengefasst wurde entschuldige dass ich dich unterbreche die schlacht von maxia was habe ich gesagt bei maxia krass voll krass falsch genau die schlacht von maxia die wird in dieser folge mehrere male erwähnt findet aber gar nicht statt die findet nicht statt ne die schlacht findet nicht statt in dieser folge sondern das ist ein ereignis in der vergangenheit das stimmt ich versuche es vielleicht einfach mal kurz zusammenzufassen was in dieser folge passiert nochmal genau wenn ihr ja genau sorry vollst du auch gerade ne ja ich glaube auch wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und total total angst vor spoilern habt dann guckt euch doch jetzt einfach diese inzwischen knapp 30 jahre alte folge an next generation folge 109 wir reden natürlich über alles was es in dieser folge zu wissen gibt vielleicht nicht alles aber zumindest den großteil und alle spoiler werden hier verraten so zum beispiel der spoiler dass pk natürlich auch diese folge überlebt obwohl es zwischenzeitlich nicht danach aussieht also die wenn ich versuche es wirklich sehr knapp zusammenzufassen die folge beginnt im grunde damit dass captain pk kopfschmerzen hat und nicht so genau weiß warum und dr crusher weiß auch nicht warum weil kopfschmerzen gibt es eigentlich gar nicht mehr zu der zeit weil 24 zu 100 und pk hat aber trotzdem welche und dann kommen irgendwie ferengi an und die sagen sie wollen gerne also mit denen fliegen sie dann irgendwie erstmal ein paar tage lang seite an seite bevor sie irgendwie versuchen mit denen irgendwas zu machen weil das offensichtlich eine kontakt aufnahme ist eine erst kontakt aufnahme bin ich mir gar nicht so sicher nicht da bin ich die erste aber zumindest versuchen sie noch ihre ihre beziehungen zu etablieren und sind sich noch nicht so ähnlich wie sie gegenseitig also die sternflotte und die ferengi wie die gegenseitig ticken und deswegen gestattet die sternflotte den ferengi hier auch mal sie irgendwie zwei tage hinzuhalten und das machen sie und dann gibt es einen ferengi namens bock und der und seine crew wollen auf der enterprise mit pk reden und offenbaren ihm dann dass sie ein geschenk für ihn haben und dieses geschenk ist die stargazer ein schiff was captain pk tatsächlich selber geführt hat als captain und die ist auf mysteriöse weise verschwunden ich glaube sie galt als verschollen oder zerstört und diese ferengi haben sie jetzt gefunden und schenken sie einfach dem captain und ähm captain pk ist auch tatsächlich bis zu deren verschwinden auf dieser auf diesem schiff gewesen und ähm dann gehen sie auf diese stargazer und dort findet sich auch äh kram von captain pk den er damals zurücklassen musste als er vor ich glaube acht jahren da war und ähm das schiff ist in einer schlacht nämlich die schlacht von maxia verloren äh gegangen und hat zuvor noch ein ähm ferengi schiff zerstört wenn ich mich nicht irre und äh zurück in der gegenwart die sachen von pk werden auf die enterprise geschafft die kopfschmerzen werden stärker der diamond bock hat da drinnen nämlich ein gerät versteckt mit dem er captain pk ähm quasi dazu bringen kann dinge zu sehen die nicht wirklich da sind und diese schlacht nochmal zurück äh nochmal zu erleben und bringt ihn dann letztlich damit auf die stargazer indem er ihm irgendwas vorgaukelt und captain pk beamt sich dann auf die stargazer und versucht dann die enterprise zu zerstören was aber natürlich letztlich nicht passiert sonst wäre ja die serie nicht sieben staffeln lang geworden ich habe bestimmt ganz viel übersprungen aber so das ist glaube ich der der grobe die grobe handlung würde ich auch sagen ja ja und alles was noch interessantes können wir denn ja nochmal besprechen wenn wir ein bisschen tiefer gehen genau oder habe ich irgendwas groß grobes versehen übersehen irgendwas wichtiges nö glaub nicht also nee wie gesagt also ich meine es gab ja noch so einen ganz interessanten dialog der dann letztlich zur ausführung auflösung irgendwie führt zwischen riker und dem entsprechenden zweiten offizier auf dem dritten offizier weiß ich jetzt gerade nicht da drüben aber ich würde auch eher sagen dass es eher eine randnotiz ist das fand ich zwar interessant aber das glaube ich auch schon eher nicht nicht die zusammen kurzzusammenfassung ja das große der große showdown zwischen enterprise und stargaze hattest du das gesagt äh nee ich glaube nicht also dass die sich über gegeneinander stehen und dass pk denn sein manöver machen möchte aber da können wir gleich noch was zu sagen ja ich finde auch ja na gut womit beginnen wir ähm vielleicht die darstellung der ferengi die sind hier schon relativ ferengi like getroffen finde ich also so wie sie auch die gesamte star trek laufbahn über sind nämlich sehr habgierig und ähm nicht sehr gönnerisch also zum beispiel sagt ja der diamond bock der chef der ferengi der der captain ich nehme an da ist der captain des schiffes ähm dass er die stargazer verschenken will und dann sagt einer seiner offiziere direkt gegen geld und diamond bock sagt nein und der guckt sehr sehr ungläubig weil das offensichtlich keine art der ferengi ist und da wird uns als zuschauer natürlich schon relativ früh in dieser folge klar dass sie dass denen nicht zu trauen ist und dass da irgendeine falle hinter steckt ugly ugly was witzig ist weil ähm kurze zeit später auch diana troy sagt ähm als die ferengi wieder verschwunden sind dass sie eine äh ich weiß nicht genau was sie spürt aber sie hat irgendwas bei diesen ferengi gespürt und das passt nicht zum kanon weil nämlich ferengi eigentlich von betasoiden nicht lesbar sind ja das wurde dann später umgedeutet ja wobei sie sich da selbst guter punkt entschuldige ähm das wurde dann später umgedeutet in dem äh dass ähm diana troy einfach genau wie jeder andere mensch auch einfach intuition hat und ne auch für uns zuschauer war es ja quasi offensichtlich dass da was böses zum schilde führte und deswegen auch für sie mhm wobei ich glaube in der ersten folge wo die äh ferengi auftauchen ich glaube das ist ja der wächter oder last out ich weiß es gar nicht mehr also die ist ja ein paar folgen vorher wo die eingeführt werden da sagt sie das auch aber irgendwie kann sie auch da doch so ein bisschen was deuten also das wird sich da sehr widersprochen und da wird man zum später hin ähm stringenter indem man es einfach nicht mehr in irgendeiner art und weise auf dem plafstableau holt aber du hast recht in dem fall wurde dann gesagt sie hat ähm sie hat ähm fingerspitzengefühl bewiesen ja genau find's aber auf jeden Fall auch schon ganz interessant so wie arne das jetzt eben auch dargestellt hat dass das ist ja das zweite mal dass die ferengi überhaupt auftreten die treten nämlich soweit mir zumindest bekannt ist nur ein einziges weiteres mal vorher auf bisher und zwar in die folge der wächter oder the last outpost das ist die episode 5 in der staffel 1 und da werden sie noch relativ ähm ja wie soll ich mal sagen sehr primitiv dargestellt also nicht 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 also sie sind auch primitiver als menschen zumindest werden sie so dargestellt aber sie werden auch insgesamt in ihrer ihrer charakterlichen charakterlichen spezifität nämlich dass sie eben so entsprechend habgierig sind und und einfach das was den charakter der ferengi ausmacht das wird da einfach noch nicht wirklich gut dargestellt da sind das irgendwie so drei hampelige gestalten die irgendwie die ganze zeit rumrennen und irgendwie irgendwelchen Quatsch machen während hier ist es ist es schon wirklich eine ausgereifte sind die sind die Charakterzüge die eben man für spezifisch ferengi hält die sind einfach schon sehr stark erkennbar das wird natürlich noch deutlich erweitert nach hinten in der serie und natürlich dann in DS9 und hast du nicht gesehen aber ja genau das finde ich tatsächlich auch eine ganz interessante Sache wusstet ihr dass die ferengi eigentlich für was ganz anderes geplant waren nämlich was die ferengi die ferengi sollten eigentlich die große böse nemesis der ersten staffel werden oh also die waren geplant als der bösewicht so das was bei bei tos die 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 klingonen oder die romulaner waren das sollten hier die großen neun bösen bösewichte werden und das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen die haben was cooles daraus gemacht finde ich aber das ist halt mit diesen äh ihr kleidet eure frauen also ganz komisch sind die ja also da gibt es ja diese ja ähm ähm das haben sie auch Gott sei Dank noch verändert also Quark spricht ja nicht mehr so aber äh hat nicht ganz geklappt aber du hast recht dass wie wir die äh ferengi kennen da sind sie ähm in dieser Folge schon deutlich näher dran aber weiter von dem was sie eigentlich haben wollte entfernen ja mhm genau ich wollte gerade noch was sagen aber genau was haben wir ähm ich glaube diese ganze ich finde ich vielleicht sollte man einfach auf auf spezifische Details dieser Folge eingehen weil die ganze Folge irgendwie die gibt nicht genug her um sie tatsächlich Szene für Szene durchzusprechen ähm aber bestimmte Dinge sind einfach hier sehr unüblich für den Rest von Star Trek zum Beispiel als diese Ferengi auftauchen ähm und auf das Schiff beamen auf die Enterprise beamen da werden sie nicht wie sämtliche anderen Völker jemals zu jeder Zeit im Transporterraum willkommen geheißen irgendwie mit Garde-Uniform sondern sie landen direkt vor dem Hauptscreen auf der Kommando-Brücke und ja das stimmt das ist schon sehr sehr eigenartig und ungewöhnlich wo du das jetzt sagst ja ich weiß nicht ob das jemals wieder so gemacht worden ist ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht aber in in allen anderen Erstkontakten oder Zwei-Dritt-Viertkontakten ähm ist es jedenfalls anders ne da da haben die irgendwie ihre Garde-Uniform an und ich erinnere mich an Szenen wo Captain Picard irgendwie versucht die Sprache auswendig zu lernen und äh und die die verschiedenen Essensgewohnheiten von irgendwelchen Völkern ähm das ist hier halt eine völlig andere Szene so ich finde so allgemein diese ganze dieser ganze Kontakt ist sehr komisch also kurz vor dem was du jetzt sagst dass die auf die auf die Enterprise kommen fand ich das sehr irritierend so ein bisschen ich weiß nicht ob das noch eine Defindungsphase war als Picard denn endlich mit Diamond Box sprechen kann wo ähm Sienna einfach die die ähm die Gussfrequenzen schließen lässt das fand ist euch das aufgefallen sie sagt aber hier stopp mal ich hab ich muss euch jetzt was sagen und Picard guckt sich um was hast du denn zu erzählen und sie ja hier ich spüre irgendwas die haben was im Hinterkopf bippa bopp das hätte sie sich glaube ich später nicht mehr getraut also einfach zu sagen hier ähm da vorne ist schön dass äh glatze der Kapitän da steht aber ich muss jetzt was sagen da hätte sie äh äh und dann hätte er das zugemacht ja es ist glaube ich nur eine Kleinigkeit aber ich glaube da waren sie einfach noch nicht so weit dass wirklich die Rollen und die Hierarchien wirklich hundertprozentig verteilt waren ja da haben sie auch noch andere Dinge versucht irgendwie zu etablieren zum Beispiel ähm zum Beispiel Wesley der ja das Schiff Stargazer als allererster auf dem Schiff erkennt so und auch hier ist er wieder der besserwisserische Kleinkind Naseweiß Klugscheißer der die Langstrecken Sensoren der Enterprise so manipuliert hat dass nicht mal Data auf Anhieb begreift was eigentlich passiert ist und damit dann die Stargazer erkennt so und das ist halt wieder so ein Ding was allen Zuschauern glaube ich richtig auf den Sack gegangen ist also mir jedenfalls geht es auch beim Gucken dieser Folge wieder so dass ich einfach ich mag einfach keine Klugscheißer und Wesley wird hier penetrant als ein solcher dargestellt in der ersten Staffel da frage ich mich allen Ernstes wirklich also habe ich schon immer wieder gefragt warum hat DC Fontana diese Figur so angelegt die hätte man so schön anders anlegen können ja ist ein Junge der will was aber warum haben sie den so nervig gemacht das weiß ich auch das check ich auch echt nicht das hat sie selber mal sie hat sich Wesley ist ja so doof gewesen und da ist Will Wheaton so ein bisschen ausgerastet und hat sie ihr gesagt warum hast du mich oder meine Figur nicht anders geschrieben und da hat er recht die Fans die Fans haben ihn zerpflückt und das ja auch schon ich meine diese Folge ist von 1987 die haben damals schon Wesleys Scheiße warum da hätten sie noch umdrehen können aber effektiv haben sie Wheaton keinen Gefallen getan ja mit dieser Serie und der ist ja nur lange noch da gewesen das ist echt so ein bisschen schade weil er einfach dieses mir geht es genauso also ich mag Will Wheaton aber wenn ich Wesley sehe in dieser jungen Zeit oh halt die Klappe halt die Klappe geh weg es ist einfach so schade wobei ich ehrlich gestehen muss als ich Star Trek das erste Mal geguckt habe da war ich noch ziemlich jung da fand ich da fand ich die Figur cool aber ich glaube das war vor allen Dingen weil es einfach noch jemand war der der jünger war ja also ich glaube die das also ich war da wirklich noch relativ jung keine Ahnung wann war das das muss dann so muss ich irgendwie so elf, zwölf gewesen sein oder so da habe ich glaube ich noch nicht alles so richtig gecheckt oder vielleicht ist es auch gerade so wenn man in dem Alter ist dass man sich dann eher darüber freut dass dann auch mal so ein elf, zwölf also naja der ist ja wahrscheinlich in dem der ist ja wahrscheinlich da irgendwie 15, 16, 17 keine Ahnung ne dass so einer quasi auch mal den Erwachsenen irgendwas sagt was irgendwie von Relevanz ist so ja also vielleicht ist das so ein bisschen der der Trick womit man dann auch ein deutlich jüngeres Publikum noch anspricht das ist ja auch bei The Big Bang Theory da spielt Will Wheaton ja quasi sich selber ähm das eben ähm ähm Herrgott wie heißt der denn jetzt ähm Sheldon genau natürlich ähm quasi ihn so auch verehrt hat als äh also als Wesley Crusher weil er selber auch als kleiner Junge also die die Kunstfigur Sheldon Cooper hat eben auch als kleiner Junge Star Trek geguckt und dort eben sich mit Wesley Crusher identifiziert und ähm vielleicht ist das so ein bisschen der Gag daran ja und als ich dann Star Trek später nochmal geguckt hab also so mit keine Ahnung Anfang 20 und dann ja nochmal jetzt mit paar 30 ich auch echt immer dachte wow ey wie kann man jemanden so nervig machen vielleicht ist das sozusagen der Stretch das für verschiedene Generationen irgendwie schaubar zu machen ja aber ich glaube das ist einfach das ist einfach auch schlecht geschrieben also man kann ja auch Figuren so machen wie zum Beispiel bei Stranger Things da sind ja irgendwie hauptsächlich Kinder die Protagonisten so recht ja ähm dass sie für manche anderen Figuren nervig sind aber nicht für uns Zuschauer und das ist halt bei Wesley total misslungen also ne die Figuren in in Stranger Things da sind halt manche Figuren die die einfach sehr schlau sind die diese Kinder machen halt Dinge die sehr sehr ungewöhnlich sind für Kinder und ähm nerven damit manche anderen Leute aber das sind dann halt nicht unsere Helden so sondern ähm sondern die Kinder sind unsere Helden und die die genervt sind die haben nicht unsere Sympathie und sondern diese Kinder und das ist halt hier bei bei Wesley irgendwie völlig anders weil wir identifizieren uns halt mit den mit den Erwachsenen weil das irgendwie die normalen vernünftigen Leute sind und Wesley der irgendwie immer sein eigenes Ding dreht und hier nochmal eben diese total tolle technische Neuerung aus seinem letzten Gehirnstübchen heraus zaubert das ist einfach nicht unser Held so ja 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 das stimmt ja also klar man genau also ich genau man hätte man hätte ihn wahrscheinlich so schreiben können dass er Identifikationsfiguren für Jüngere ist und gleichzeitig nicht so nervt ja das stimmt das hätte man wirklich machen können naja okay ja Wesley Crusher ich glaube über den werden wir uns häufiger ärgern oh ja tut mir leid Wil Wheaton du bist ja eigentlich ganz cool finde ich also man muss ja ehrlich gesagt muss man ja so im Blick auf diesen Podcast und das was wir eigentlich machen wollen muss man sagen er ist der einzige dem ich noch ein bisschen Action zutrauen würde in der PK Serie von den Protagonisten die von Next Generation also möglicherweise hat er eine größere Rolle die dann auch weil er ist halt einfach erheblich jünger als die anderen wie ist der aus der könnt ihr euch erinnern wie Wil Wheaton aus der TNG Serie rausgegangen ist ja nee der ist mit dem Reisenden mitgegangen er ist mit dem Reisenden mitgegangen genau dann kann die da war ich mir nicht sicher ob ich das gelesen habe oder in der Serie ja dann kann das sogar eine sehr große Zukunft rein theoretisch Entschuldigung rein theoretisch haben denn er ist denn ja ja nicht nur mitgegangen um irgendwie zu was zu machen sondern er ist ja ein Reisender also sehr mächtig und oh das stimmt dann kann da noch was draus werden wenn nicht schlecht ja ja Kapagandals sehr gut was mir übrigens noch aufgefallen ist ich weiß jetzt gar nicht mehr wo ich das einordnen soll als Bog oder Bock je nachdem auf die Schlacht von Maxia ein drauf eingeht ja der große Held der Pikar sind sie der Pikar der Held von Schlacht von Maxia und Pikar da steht von was ja also ich möchte ich habe ein Bild von 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 Pikar im Kopf wenn ich so Captain Pikar sieben Staffeln ein paar Filme mit dem Top und da denke ich so Moment du kannst dich an die Schlacht von Maxia okay das mag ja ein Ausdruck von den Ferengi sein aber Pikar Data ja kurz darauf ja sie waren hier mit der Stargazer vor acht Jahren auf Alpha Ceti Maxia in dem Sternensystem und da gab es dieses Problem mit dem unidentifizierten Raumschiff kriegt der das nicht hin oder sind das die Kopfschmerzen das müssen die Kopfschmerzen sein also ich glaube Captain Pikar ist schon so schlau dass er auch eine eine so unwahrscheinliche Zusammenstellung ich meine er hat damals gegen Ferengi gekämpft vielleicht hat er das Schiff sogar wieder erkannt weil das muss ja eines von diesen Ferengi Schiffen gewesen sein die werden ja einen ähnlichen Baustil gehabt haben acht Jahre zuvor ich meine wie lange wird so ein Schiff gebaut ähm ich also ich kann mir keinen einzigen Pikar vorstellen der das nicht geschafft hätte da diese Transferleistung zu bringen okay danke danke ich brauch musste das hören weil sonst wird das viel kaputt machen das wäre so schade okay ne das gekauft dann fühle ich mich besser aber die Kopfschmerzen ist eine sehr gute Erklärung ich habe einfach gedacht die hätten ihn noch nicht noch nicht ausgefeilt als Charakter und die Staffel sei einfach noch nicht so gut geschrieben wie der Rest naja man darf ja auch nicht vergessen ich glaube da haben wir schon mal drüber gesprochen zu der Zeit ist ja auch noch Gene Roddenberry sehr involviert ne ja und hat auch noch umgeschrieben und äh seine Ideen da sehr stark mit reingebracht in das was die was die ähm Drehbuchautoren da machen wollten und das ist ja auch doch häufig dass teilweise die Drehbuchautoren dann nicht mit den richtigen Namen da waren weil er so viel geändert hat dass die ange nervt waren also das ist ja wirklich noch eine Findungsphase und ich glaube ähm nachdem Roddenberry dann gegangen gegangen worden ist wie auch immer ohne Roddenberry haben sie auch noch mal eine Zeit lang gebraucht um sich zu finden und ich glaube richtig gut wird es ja auch erst also wo es läuft kann man sagen ab Staffel 3 oder so ja gut dann mal die Ferengi auf der Brücke diese Geschichte mit den angezogenen Frauen zieht sich ja auch durch das komplette äh durch das komplette Star Trek Universum sag ich mal weil die ähm Ferengi ja immer der Meinung sind Frauen sollten sollten nackt sein und trotzdem ich meine mich zu täuschen ähm sieht man keine nackte Ferengi Frau jemals oder doch doch Mugi ist die tatsächlich nackt ich dachte die hätte sich was angezogen weil sie diesem Ideal auch nicht widerspricht aber aber Rom das hätte sie trotzdem gelieb oder so das tut er aber ich mache ich jetzt muss ich lügen ob es für Rom war oder für Quark einmal ist sie nackt okay da sieht man sie von hinten einmal ist Mugi nackt doch na gut ziemlich sicher ich glaube das ist die Folge wo er nach Hause kommt weil er irgendwie so fertig ist und dann nach Hause geht um irgendwie Luft zu holen oder so ähnlich weil seine Geschäfte nicht laufen aber das unter Vorbehalt das können gerne können unsere gerne wenn sie es besser wissen kommentieren kann sein dass das so ist aber das das war ja jetzt die Geschichte also ich weiß nicht das ist natürlich jetzt nochmal wieder ein anderer Spoiler äh das wo es quasi so ein bisschen um die Emanzipationsgeschichte unter den Ferengi Frauen irgendwie geht die Mugi sozusagen irgendwie durchzieht und hat ja dann den überwiegenden Teil der Folge eben doch Klamotten an so was ja so ein bisschen so ein Affront irgendwie gegen die Ferengi Gesellschaft ist aber ich glaube auch dass sonst das tatsächlich nicht auftritt ich meine ganz im Ernst wäre jetzt auch nicht so richtig denkbar gewesen dass dann da irgendwelche nackten Leute rumrennen auf keinen Fall nein das machen sie ja selbst mit das machen sie ja selbst mit ähm das ist ja auch ein ewig wiederkehrendes Thema dass die Betasuiden auf ihrer Hochzeitsfeier alle nackt rumrennen das wird ja auch nicht äh das wird ja auch nicht äh wird ja auch nicht ähm dann was was ich ganz cool fand witzig aber auch insgesamt eine schöne Szene das ist die Szene wo PK über die Schlacht von Maxi erzählt die er vorher nicht kannte und ähm dann sein Manöver erklärt das PK Manöver und ähm alle gebannt da sitzen und PK mit diesem Stift den einer in der Hand hat Stift sieht man überhaupt mal wieder Stifte in Star Trek aber egal und er halt erklärt Magst du vielleicht kurz erzählen in welcher Minute der Folge du gerade bist in welcher Minute das ist Moment das ist halt die Ränge verschwunden sind oder ja genau das ist so um und bei 14 ja also 13 40 um und bei sind wir schon im Konferenzraum ja wo er erklärt was da passiert ist und ähm er dann halt erzählt was er denn als Ende was er machen musste dass er sich gedacht hat oh Mensch ich kann ja hier ganz schnell mal warb gehen und dann bin ich an zwei Stellen gleichzeitig und das kriegen die anderen nicht mit und dann kann ich die aus der aus dem Universum blasen also ich fand die Idee grundsätzlich ganz cool man darf das jetzt natürlich nicht auseinandernehmen dass das eigentlich so schnell nicht funktioniert aber gut was ich fand es einfach cool wie er das gemacht hat auch diese diese Arbeit mit den Händen ich arbeite auch sehr gerne mit den Händen um irgendwas zu visualisieren war einfach cool und die Überlegung einfach zu sagen hey ich hatte eine coole Idee und das sagt Data ja das ist irgendwie in die Annalen eingegangen als PK Manöver das hat er im Vorhinein schon gesagt also das heißt PK ist ein cooler Taktiker ja also das ist wirklich ein bekanntes Manöver es hat seinen Namen bekommen und ganz offensichtlich steht das auch dann irgendwo drin als Standard wenn ihr gegen Ferengi kämpft und die wollen euch platt machen dann macht das was sagen wir denn als Physiker zu diesem zu diesem Manöver wie als Physiker ich versuche mal ich bin kein Physiker ich versuche mal trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Erläuterung für dieses Ding zu basteln also man ist mit seinem Raumschiff an irgendeiner Stelle im Raum wo quasi Vakuum ist und beschleunigt von Null auf Warp X und das nur für einen so kurzen Bruchteil der Zeit der sehr gut berechnet sein muss dass man danach mit seinem Schiff anhält und direkt neben dem anderen Schiff sich befindet das kann natürlich nur sehr 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 kurz dauern und deswegen das ist ja das was auch gesagt wird hier in dieser Szene wirkt es so als sei man an zwei Stellen gleichzeitig was natürlich nicht funktioniert die Beschleunigung die abrupte Beschleunigung die abrupte Bremsung die könnte meines Erachtens tatsächlich funktionieren weil eben das Schiff sich im Vakuum befindet ich weiß nicht ob das für die Menschen da drinnen auch gilt ob die in irgendeiner Blase quasi sind und deswegen keinerlei Trägheit verspüren ansonsten werden die alle beim Start Matsch und wenn das Schiff bremst dann ist es schon wieder Matsch aber dann an der anderen Seite des Raums ich weiß ich nicht ob das tatsächlich funktionieren könnte dieses Manöver also erstmal klar ist auf jeden Fall so dass dass diese Warp Blase löst quasi das Schiff und den da drin den Raum da drin eben aus dem Raumzeit Kontinuum raus sodass die sodass es keinen Trägheitseffekt gibt also es bewegt sich nur diese Warp Schale mit Warp und das Schiff da drin ist völlig statisch deswegen ist es denkbar womit ich jetzt persönlich so ein bisschen ein Problem habe ist man müsste dann aber das ist das ist dann auch irgendwie technisch wird nicht erklärt oder nicht als Problem beschrieben ich finde halt eher diesen diesen Effekt es müsste dann ja an der Stelle wo das Ding startet das Schiff startet müsste dann ja irgendwie die Photonentorpedos abgeschossen werden und das dauert ja eine Zeit also die Torpedos müssen ja irgendwie zumindest die Torpedorampe verlassen ja dann muss das Ding sofort auf Warp gehen und dann müssen auch sofort die Phaser abgeschossen werden oder nochmal Photonentorpedos keine Ahnung dann müssen die Photonentorpedos im Grunde genommen auch immer mit Warp Geschwindigkeit sozusagen abgeschossen werden ja ja okay whatever also ich ich sag mal so ich fand trotzdem die Idee immer ganz cool so dass man irgendwie diesen Ultra-Kurzsprung hat hat mich zumindest weite Teile meiner Star-Trek-Fan-Karriere irgendwie überzeugt dass das irgendwie eine ganz coole Sache ist aber wenn man es jetzt mal so betrachtet dann das ist ja das was ich gerade was ich gesagt habe lasst uns das bitte nicht auseinandernehmen weil dann finden wir nur raus dass es vielleicht Blödsinn ja und ich möchte einfach dieses PK-Manöver nicht nur als das Tu-Rechts-Huppel in seiner Jacke sehen sondern ich möchte einfach das ist dieses coole Manöver das Riker ja irgendwann nochmal okay ja gut im Star Trek-Universum ist es ja auf jeden Fall auch ein cooles Manöver es wird an der Akademie gelehrt und dadurch ist eben obwohl PK natürlich da so tut als wenn das so also das das ist ja also ich finde die zur Schaustellung seiner Bescheidenheit da schon wieder etwas übertrieben muss ich jetzt sagen ich meine klar ist er ein bescheidener Charakter und so weiter aber so wie es wie ja ich habe getan was jeder vernünftige Captain getan hätte oder ich weiß nicht was er auf Deutsch genau irgendwie so da denke ich so ja naja okay also kann ja sein ja darf aber stolz sein genau es ist mir halt einfach eingefallen und irgendwie schien es mir im Druck in der Anspannung der Zeit das Richtige zu sein und keine Ahnung und unter Druck kommen einem manchmal halt bessere Ideen als ohne Druck also so hätte man es ja auch erklären können das statt jetzt einfach zu sagen ja ja it's what everybody would do fand ich so ein bisschen ja ja gut und das dann komplett zu vergessen ist schon ziemlich hart ja aber ich fand ja auch diese Idee so gut dieses PK-Manövers dass ich ja deswegen diese Veröger ausgewählt habe um sie zu besprechen ja hier ist schon schon okay ist ja auch cool doch jetzt versuche ich es nochmal in diesem Gespräch wird auch einer der besten Namen schlechthin genannt denn PK ist ja wird jetzt ja durch diesen Thoughtmaker von Book so ein bisschen ähm angefixt und verändert und plötzlich spricht er ja und dann spricht er plötzlich seinen alten Waffenoffizier von der Stargazer an ja und der heißt Vico ich geil woran hab ich ich muss an was denken ich hoffe ihr auch ne nein Frank bitte kannst du kannst du nochmal wie wie Vico heißt er Vico Vico nein okay denn der Charakter oder was ja die Figur also der Name der Name Vico ich musste sofort an Ghostbusters denken Ghostbusters 2 oh Vico Vico super du nilst das einzige Mal als ich den gesehen habe da warst du dabei und du warst ungefähr elf oh das ist ein bisschen her dann müssen wir das irgendwann mal aber das gehört nicht hierher machen wir müssen wir gucken gut egal auf jeden Fall ist es halt dann auch hier A dass wir im Moment halt diese Erklärung von PK haben wir haben das PK Manöver und wir merken ganz klar okay der scheint irgendwie nicht ganz mehr gerade auszulaufen aber seine komplette Crew guckt ihn nur so an Vico ja mein alter Dings aha okay ja erzähl mal weiter und ignorieren das vollkommen ja das ist so ein bisschen strange hätte ich also gerade von Riker mehr erwartet aber vielleicht traut er sich in dem Zeitpunkt noch nicht ja oder von Dr. Crusher die ja auch zugegen ist also ja stimmt sie ist auch da die mischt sich eigentlich immer ein ja was ich auch danach dann sehr cool finde ist denn ja alles geht rüber auf die Stargazer und nachdem das da alles für sicher erklärt worden ist kommt er mit seinem Privatarzt rüber also PK zusammen mit Beverly und er begrüßt sein altes Schiff Hallo old friend Hallo alter Freund ich weiß nicht was er im Deutschen sagt und das fand ich irgendwie cool dass er dieses Schiff das er zurücklassen musste weil es halb zerstört durch die Schlacht war dass er es nochmal begrüßt er bekommt die Möglichkeit Hallo oder auf Wiedersehen oder wie auch immer zu sagen fand ich super weil das eine Loyalität seinem Schiff gegenüber zeigt die er auch garantiert der Enterprise gegenüber hat die mir bis da nicht so klar war dass er wirklich so ein so ein ja ich liebe mein Schiff so ein bisschen Kirk mäßig aber nicht ganz so krass aber schon sehr ja ich bin diesem Schiff sehr verbunden das war mir in den ersten Folgen nicht so klar dass er das wirklich auch so sieht er dachte das ist ein Job aber ganz offensichtlich hat er sehr sehr große Verbindungen zu seinen Schiffen was ich schon was ich in jeder Folge grundsätzlich seltsam finde ist dass sie immer ihre komplette dem Zuschauer bekannte relevante Gruppen Gruppe also die komplette Brückencrew quasi mitnehmen auf dieses fremde Schiff und wenn da dann irgendwas explodieren würde dann wären sie halt alle hin und es gäbe niemanden mehr den wir kennen würden auf der Enterprise also es sind ja es sind ja quasi alle mitgegangen auf dieses Schiff das ist so ein bisschen aber das ist bei den Away Teams von Star Trek also den wie heißen die Außentrupps Außentrupps aber hier ist ja schon ein Unterschied zu zu der Original Series zu Toss Außenteam Away Team Landing Party ja genau Picard kommt hier natürlich mit nachdem die Sicherheit hergestellt worden ist weil es sein altes Schiff ist aber die Diskussion zwischen ihm und Riker ist ja doch immer wieder sehr präsent und Picard muss ja doch sehr häufig zu Hause bleiben ja das stimmt Riker sagt nee du bist der Chef und ja gut es ist nicht ganz so häufig dass irgendwie bei Toss wäre es das Red Shirt dass irgendwelche Menschen plötzlich irgendwie ach guck mal hier wir haben hier einen Specialist den schicken wir im Moment das ist tatsächlich nicht ganz so häufig sind eigentlich immer so die Brücken Crew Menschen also die der Führungsstab da hast du recht auch irgendwie interessant fand ich nachdem sie dann wieder zurück sind dass Riker Picards Raum irgendwie annektiert als ich glaube das kommt auch nie wieder vor als Data dann die Logbücher der Stargazer rüber geholt hat und es sich erstmal herausstellt oh der Picard ist ja gar nicht der große Held von Maxi sondern der hatte einfach nur ohne zu fragen und ohne irgendetwas zu hinterfragen die Ferengi aus dem aus dem Orbit geschossen da sind sie in Picards Bereitschaftsraum ja und ich glaube das passiert nie wieder wenn Riker mal irgendwie Chef im Ring ist oder dann ist er entweder auf der Brücke geblieben oder geht glaube ich in die Observation Lounge aber fand ich sehr komisch als wenn das ein Eingriff in Picards Privatsphäre ist ich meine es ist logisch ist es nicht verkehrt dass er den Raum nutzt in dem Moment wo er das Kommando hat aber ich stimme dir auch zu das ist irgendwie seltsam also besonders weil das ja so dieses Data ja schon so ein bisschen ja und jetzt müssen wir was machen und das ist ja alles so nicht richtig und das ist ja ich will nicht sagen das ist eine Meuterei das ist es nicht sondern ja da ist ein Vorwurf Picard gegenüber und der muss auch untersucht werden ist ja alles richtig könnte ja auch sein es wirkt halt nur komisch und fehlt am Platz in diesem Raum für mich also vielleicht ist das ja auch genau das wo man sagt okay wir wollten dadurch dass sie diesen Vorwurf in Picards Raum auf den auf den Tisch bringen genau das also filmerisch damit auch herstellen so dass man ein fieses Gefühl hat weil das kann doch nicht sein unser Picard ja ja kommt ja noch relativ viel hin und her eine Sache habe ich das ist nur eine Kleinigkeit aber erinnert ihr euch dass Picard dann ja nochmal Besuch mal wieder von Beverly bekommt und sie ihm versucht hinzulegen und ihm hier diese zwei Neuro Stimulatoren auf die Stirn pappt er soll ja entspannen und schlafen die machen so ein lautes Geräusch ich könnte aber nicht schlafen also ich könnte das nicht aber gut vielleicht hört er das nicht ja ja alles gut die Neuro Stimulatoren oder ja ja die machen ich weiß es nicht aber ich habe ich habe tatsächlich in beiden Tonspuren mir angeguckt nach dem Original sehr laut irgend so ein nerviges Geräusch nachdem er dann so schön geschlafen hat kommt Picard ja freudestrahlend wieder auf die Brücke und in seinen Standard in seinen Bereitschaftsraum und schmeißt ja alle raus und verlangt dann von Riker die Stargazer loszulassen ja und er macht das ohne zu fragen also ja da ist aber glaube ich auch Riker einfach noch zu jung also ich meine direkt in Mission Farpoint wird er halt wie heißt das interrogiert also gefragt ob er seinem Käpt'n immer widersprechen würde wenn es wenn es richtig wenn er es für richtig hielte und an dieser Stelle macht er das nicht ich glaube dass er einfach noch zu jung ist und sich noch nicht genug traut an der Stelle abgesehen davon ist es natürlich auch einfach ein wichtiges Mittel für den Plot dieser Folge steht außer Frage steht außer Frage ich ich verstehe was in Picard vorgeht also unter Einfluss oder auch nicht dass der eben gesagt ich will jetzt auf mein Schiff weil ja aber ich ja ich gebe dir recht Riker ist jung war er auf der Hood schon erster Offizier oder war er da noch was anderes wissen wir das er war glaube ich erster Offizier und dann erwarte ich eigentlich dass er da sich überlegt was kann das für Konsequenzen haben auf der anderen Seite kommt Picard mit dieser wunderbaren Aussage hier von wegen Newton'sche Gesetze oder was weiß ich die Stargazer bewegt sich ja weiter was soll schon kaputt gehen ja recht ich finde es komisch es ist verständlich und du hast recht ja vielleicht sagt er sich auch ja gut was soll schon kaputt gehen er ist der Käpt'n er wird schon wissen was er tut ich meine das Argument ist ja auch einfach gut also Dreckheitsgesetz die wird schon direkt genau da bleiben wo sie ist wenn die Enterprise nicht ihren Kurswechsel ändert also ja kann man schon machen ja gut überspringen wir die Wesley Crusher Crusher Szene ja wollen wir mal über die Stargazer selber reden wie findet ihr denn das Design dieses Schiffs von innen oder von außen von außen schön ich finde sie auch total schön weil sie einfach quasi achsensymmetrisch ist was ja sehr sehr wenige Starfleet Raumschiffe tatsächlich bieten also sie hat diese Enterprise Sektion und dann hat sie einfach vier Gondeln und das und die sind einfach ja ich finde sie gut ich finde die super also dafür dass die irgendwie zusammengebastelt ist aus verschiedenen älteren Schiffen super also ich das ist ähm ich kann verstehen dass Picard sie in seinem Ready Room stehen hat das ist ein schönes Schiff was meinst du mit zusammengebastelt du meinst das Modell wurde das Modell ja es gibt kein es gibt kein äh wie sagt man also kein innerhalb des Universums Grund dass sie zusammengebastelt sei oder nein nein das ist das ist Okuda also von vom Propmaking her haben sie verschiedene alte da ist teilweise die Warp Gondeln sind glaube ich von der Enterprise A und was weiß ich nicht ja genau so sehen sie aus ja oder von der Reliant oder so spaßig dazu übrigens dass ursprünglich ähm zumindest im Skript eine andere Schiffsklasse genannt worden ist Geordi sagt sogar einmal also es ist ja die ähm eine Constellation Klasse ja und wenn man ganz genau hinguckt sagt Lever Burton auch Constitution Klasse und dann ist ihnen aufgefallen oh Moment Constitution können wir nicht nehmen das ist die Enterprise aus der Ur-Serie und dann haben sie das äh musste Burton das nochmal kurz übersprechen das ist ganz witzig Ok das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen auch nur weil ich Trivia gelesen habe ja es war nicht schlecht also das ist ja auch durchaus interessant das finde ich deswegen habe ich gerade gefragt drin oder draußen ich will unbedingt rein ist euch die Brücke ist euch an der Brücke was aufgefallen der Stargazer ich finde sie sieht vom Aufbau her ziemlich ähnlich aus zu den zu der original Enterprise bam ist sie ist sie tatsächlich es ist tatsächlich so dass in TNG genau dieses Set von der Stargazer schon mal benutzt worden ist und zwar die Brücke die sie der Stargazer ist ein Umbau der Kampfbrücke wie wir sie in Mission Farpoint gesehen haben aber man musste ja sparen und hat gesagt ja wir wollen ja diese geile Kampfbrücke machen wo kriegen wir die her was haben sie gemacht sie haben die Brücke aus den ersten drei Filmen genommen die erste die Brücke der ersten also der ersten drei Star Trek Filme ist die Kampfbrücke der Enterprise D und die Brücke der der Stargazer und wenn man genau hinguckt also gerade so diese diese runden Displays im Hintergrund oder auch die die Helmstation das erkennt man tatsächlich wieder aus den alten Filmen das ist ganz cool das ist kein Trivia also die Kampfbrücke von der Enterprise D die finde ich ja deswegen spannend weil die einfach immer in rotem Licht ist weil die nur dann benutzt es wird wenn roter Alarm ist ja ich frage mich ob da irgendwie einmal die Woche die Putzfrau durchgeht und dann abstürmt oder ja ne inzwischen nicht mehr inzwischen hat sich da irgendjemand häuslich eingerichtet weil die nie benutzt wird ich hab tatsächlich irgendwo mal gelesen es ist gar nicht so häufig wie sie das in der Serie genutzt haben die Kampfbrücke ich hätte sie tatsächlich gerne also ich dachte machen sie jede zweite Folge aber irgendwo hab ich per zufall noch nicht gelesen es war nur sechs sieben Mal oder so und die Trennung der Enter der unter Tassensektion wurde das häufig benutzt das ist eine gute Frage das kann ich ein bisschen das kam auch nicht oft vor ich glaube das ist nur in Mission 4 beim passiert ehrlich gesagt ich mag nicht täuschen aber ich versuche das mal rauszuschwinden aber echt selten und in Star Trek acht natürlich ja das stimmt acht sieben die letzte Folge also der letzte Film mit der Enterprise D ist das nicht sieben Generations ich mag mich täuschen ich weiß es nicht das ist ja wurscht wir werden vielleicht irgendwann darüber reden und dann werden wir uns vorbereiten und das wissen genau aber wie gesagt du hast Vollkommenheit das ist ein sehr sehr schönes Schiff und zu anderen Designs wo wir gerade dabei sind ich gucke mir gerade hier in Minute 35 20 ungefähr da ist Bock mit Picard auf dieser besagten Brücke der Stargazer und hat seinen Mini-Todesstern in der Hand und ich finde das Design so geil das sieht super nach Star Wars aus findet ihr nicht meinst du ein Gedankenmanipulator ja genau ja ich finde das sieht voll aus wie so eine wie so eine komische Sonde oder oder irgendein ja genau so ein so ein Schiff nur in oder der der Todesstern in klein und rot wie leuchtend oder keine Ahnung das stimmt auch nicht ganz aber es ist auf jeden Fall ja der oberrote Teil erinnert mich an die alten TOS-Folgen wenn die Enterprise in irgendwelchen roten Planeten vorbeifliegt ich weiß auch nicht wie er damit also wenn er auf seinem Schiff ist hat er noch sein großes Display aber wenn er jetzt da rumsteht und da ein Wurmfummel wo er da was machen will das sieht irgendwie total komisch aus könnte auch eine Bowleschüssel sein ja so rote Kugeln ich glaube das ist ja das geheime Steckenpferd von J.J. Abrams vielleicht hat er an dieser Stelle hier gemerkt dass er Star Trek total geil findet und das unbedingt machen will weil er hat ich weiß nicht ob ihr die gesehen habt in der Serie Alias hat er so einen riesengroßen roten Ball gehabt als riesiges Plot Device und ja auch in Star Trek 11 dem ersten neuen Star Trek Film da ist ja Spock mit so einer roten mit so einem roten Ball unterwegs wo er dann mit der Spritze irgendwie Kram rauszieht die rote Materie ja genau und das ist halt so ein J.J. Abrams Ding und vielleicht hat er das an dieser Szene hier gesehen und gedacht boah Star Trek ist geil das benutze ich immer okay ist das die Agentin oder was ja ja genau fantastische Serie übrigens die fand ich auch ziemlich gut ja ich erinnere mich nur an das rote nicht mehr das ist so in Staffel 4 und 5 ist das ziemlich okay spannend müssen wir nur rausfinden wo er die Lens Flares her hat und die Vergangenheit reisen und diese Folge dann Moment bevor ich jetzt gesteinigt werde ich glaube es ist Staffel 2 na egal also ich weiß nicht wenn man so aus der Metaperspektive guckt ich weiß nicht oder wollt ihr denn noch individuelle Szenenfolgen durchgehen ne ich glaube wir sind durch achso was ich noch interessant fand an dieser Folge ist die Darstellung der Ferengi auf dem Screen weil die nämlich sehr oft einfach weißer Hintergrund riesengroßer Kopf dargestellt werden und das ist so super untypisch für Brückendarstellungen ich weiß nicht wie also ich meine mich zu erinnern dass die Brücken der anderen Schiffe später anders dargestellt werden dass du halt irgendwie die Leute im Hintergrund siehst und quasi die Crew des anderen Schiffes so wie wir die Crew of the Enterprise sehen und diese Ferengi die sind quasi in super close up mit weißem Hintergrund ich also vielleicht hatten sie einfach kein Design für die Brücke der Ferengi ich weiß es nicht vielleicht sollte es auch so ein bisschen ein bisschen ja minimalistisch weiß nicht oder vielleicht sollte das zeigen hey wir sind die großen bösen Buben die ihr den Rest der nächsten sieben Staffeln noch vor der Nase habt und wir sind ganz ganz geheimnisvoll wir zeigen euch nicht viel ja aber aber dieses Bild gibt es ja auch als Riker mit dem mit dem zweiten Offizier verhandelt und da sieht er ja genauso aus na gut aber auch da zu sagen okay ich bin der zweite Mann und auch hier sollst du das nicht ich weiß es nicht keine Ahnung okay wie gesagt also ja sag mal sorry meine Lieblingsszene wollte ich noch ganz gerne ja es hat tatsächlich nichts mit Picard zu tun also in gewisser Art und Weise schon aber das ist so für mich ich könnte jedes Mal loslachen lachen wo jedes Mal also wo klar wird hier Picard ist unter Einfluss und der kommt gleich auf uns zu und der wird auch definitiv gleich sein Picard Manöver machen was macht der noch nicht ganz so gute Erste Offizier weil er muss ja erst noch ein Bart kriegen er sagt zu Data folgenden Satz finden sie eine Möglichkeit gegen das Picard Manöver nachdem Data gesagt hat es gibt keine Lösung dagegen ja und Data rattert kurz und hat was gefunden so äh was jetzt ja Moment das angeblich unschlagbare Picard Manöver Moment ich habe eine Idee finde ich super finde ich super das liegt nur daran dass dass Riker einfach super autoritär ist und das einfach befehlen kann dass Data jetzt diese Lösung findet so ja okay das ist gekauft weil Data hat ja vorher auch gesagt er kann keinen also es gibt keine Methode so super na dann warum wird der erst so spät Captain der Mann da viel schneller irgendwie im Schiff hätte man ihm nochmal anbieten können aber das ist ja auch ein generelles Problem von künstlicher Intelligenz ne dass das das einfach die es fehlt sozusagen der Wille bestimmte Dinge wirklich zu untersuchen oder bestimmte Ziele sich genauer anzuschauen und so weiter und das ist vielleicht auch einfach bei bei in Data zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz optimal ne das kann ja auch sein ja genau Frank ich weiß leider gar nicht mehr zu was das gehört aber ich habe jetzt gerade nochmal auf der Memory Alpha Seite geguckt und da gibt es so ein paar Zitate und das fand ich in der Tat auch sehr lustig und zwar sagt Riker an irgendeiner Stelle und ich glaube es ging tatsächlich auch darum dann eben den Vorschlag umzusetzen den ihr jetzt gerade gesprochen habt wie war der eigentlich was hat was hat was war Datas Idee dann dagegen vorzugehen also irgendwas mit Gasen und ja man kann aus irgendwelchen Tachionen Strahlen oder so erkennen wo das Schiff ah ja genau wo das Schiff ist genau und dann sagt genau und in der Situation sagt Riker dann ich hoffe sie haben recht Data und Data dann dazu da gibt es keinen Zweifel Sir ja ich weiß alles ja genau und zwar und zwar auch so einer relativ ja typisch Data mäßigen neutralen Art also überhaupt nicht wie Wesley Crusher super nervig sondern einfach nur so ja naja klar ich hab das ja gesagt dann gibst du auch keinen Zweifel so sagt dir nur Dinge die auch die auch die auch wirklich weiß so also zumindest glaube ich in fast deinen Folgen ja nee ansonsten wie gesagt hat mir ja eigentlich in der Folge am besten irgendwie dieser Schulterschluss zwischen den ersten Offizier aus also zwischen Riker und dem ersten Offizier von von Bock wie heißt er noch äh genau das hat genau das hat mir auf jeden Fall gut gefallen dass die letztlich dann dass Riker ihnen quasi den Tipp gibt ey dein Bock der ist doch der hat sie noch nicht mehr alle habt ihr noch Bock auf den sozusagen und ähm äh und und der dann quasi da dann auch letztlich führt das dann ja dazu dass Bock auch irgendwie abgesetzt wird und der ist dann nicht mehr der ähm ich weiß gerade gar nicht wie heißt denn der Captain auf Ferengi Daimon genau Daimon und ähm und 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 Riker ja jetzt dann auch irgendwann dann eben diese Einflussnahme ja irgendwie wie checkt und versucht dann quasi zu Picard durchzudringen und ähm ja genau also das das gefällt mir ganz gut dass das so eine dass es da diese Kooperation gibt und letztlich ist das vielleicht auch letztlich der der Sarg oder einer der Sargnagel für die Ferengi als Nemesis gewesen weil das passt ja zu den anderen Nemesis nicht so sehr dass man da jetzt schon so sagen wir mal auf so einer semi-vertrauten Basis irgendwie dann so Vorschläge von dem Gegner sozusagen direkt umsetzt und so weiter das fand ich halt also für mich ist es eigentlich sogar so weil ich jetzt auch das tatsächlich bisher gar nicht wusste dass die Ferengi mal so als Nemesis angepasst gedacht waren ist es für mich eigentlich eher so eine Art weil in der Zukunft ist es ja eher so dass die Beziehung zu den Ferengi gut die wird jetzt vielleicht nicht zwischen den Ferengi reich an sich und der Menschheit an sich wird das vielleicht gibt es ja lange keine richtige Freundschaft oder irgendwie sowas aber ja zwischen einzelnen Ferengi und Menschen das ist ja schon irgendwie so eine Spezies mit der man dann doch viel zu tun hat und gerade durch jetzt DS9 sind mir die Ferengi eben auch einfach echt sympathisch geworden und so und ein Stück weit sind ja eigentlich auch die Ferengi eine Übertreibung der menschlichen Neigung gierig zu sein kapitalistisch zu handeln immer nur auf Bedacht also im Prinzip der perfekte Unternehmer sozusagen so ein bisschen übertrieben karikiert dadurch ist es finde ich passt es auch einfach ganz gut dass es eben nicht der Arc Nemesis ist sondern dass es im Grunde genommen doch so ein Schritt näher dran ist und das hat mir einfach ganz gut gefallen und im Gegenzug hat mir eigentlich die finde ich so die Wahrnehmung war für mich so dass die Folge im Grunde so ein bisschen die Frage mal aufwerfen soll gibt es vielleicht doch so einen Bruch in der doch als relativ moralisch integeren und perfekt dargestellten PK-Figur gibt es da vielleicht so einen Bruch und ich finde dass das so in Zweifel zu ziehen das hat nicht so richtig funktioniert also ich finde da hätte man ich weiß auch nicht vielleicht war das auch nicht angedacht dafür war es auch letztlich nicht gewollt aber ich hatte es auf jeden Fall einen spannenden Zug gefunden wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr als Zugucker auch vielleicht sich gefragt hat ja ist PK vielleicht früher wirklich ein anderer Mensch gewesen und hat da vielleicht wirklich in einer gewissen Weise arglos und verantwortungslos gehandelt stattdessen ist es so dass für mich eigentlich sich durch die Folge von vornherein irgendwie ist es irgendwie klar PK hat da auf jeden Fall in Ordnung gehandelt und genau das ist so das ist so also das ist sozusagen das Hauptthema für mich wie gesagt in meiner Meinung untersuchen wie moralisch integer ist PK überhaupt hat nicht so gut funktioniert also hätte man finde ich ein bisschen weitergehen können in der Darstellung dass man irgendwie den Eindruck hat hat das vielleicht wirklich so gemacht während diese Kommunikation zwischen dem ersten Offizier Riker und dem ersten Offizier der Ferengi das fand ich halt fand ich halt sehr gut so ja das ist so meine 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 fünf Cent zur zur Bedeutung dieser Folge für mich deine Lieblingsfolge meine Lieblingsfolge meine Lieblingsszene in dieser Folge ist alles was die Stargazer von außen zeigt weil ich dieses Schiff einfach total schön finde ähm und leider nichts was mit PK in Wirklichkeit zu tun hat also ich stelle mal die Frage was lernen wir denn über PK in dieser Folge wir lernen dass er sich offensichtlich unter Kopfschmerzen extrem schlecht erinnern kann dass er zeitweilig ein sehr genialer Stratege ist und dass er im Grunde moralisch integer ist und das Richtige tut auch wenn es irgendwie schwierig wird so ich meine er hat sein Schiff damals verlassen und ist irgendwie mit den mit den Shuttles oder was immer er dann mit den Rettungskapseln ewig lange irgendwie im Weltraum rumgetrieben mit seiner Crew also ähm ja ja agreed ähm ich finde es ein bisschen schade ich hätte diese Folge wahrscheinlich nicht ausgesucht wenn ich äh sie vorher nochmal geguckt hätte weil ich finde sie ist ein bisschen dröge insgesamt und PK ist an dieser Stelle auch sehr sehr austauschbar also man hätte auch jeden anderen Charakter irgendwie zu diesem Bösewicht machen können der irgendwie was ähm mit Ferengi zu tun gehabt hat und ähm dann irgendwie was es sich irgendwie dazu gebracht wird die die Enterprise vernichten zu wollen also da hätte es halt nicht PK gebraucht und deswegen weiß ich nicht ob diese Folge nun tatsächlich so gewinnbring tatsächlich ist also ich finde für den Charakter von PK ist sie doch eigentlich gut was du gerade sagst er steht hinter dem was er gemacht hat überlegt sich sehr genau was er macht er ist ein guter Stratege er sehr loyal ähm also es sind halt doch so ein paar wieder dieser guten Dinge die diese Folge zeigen das drumherum gebe ich recht das ist so ein bisschen schwer sich anzugucken ähm aber er nimmt ja viel mit wo er sagt also das die Entscheidung irgendwann mal eine Enterprise äh halb in die Luft zu sprengen in einem Film der dann irgendwann mal kommt das wird ihm ja auch nicht leicht fallen ähm dass er immer versucht das Beste für seine Crew herauszuholen was er ja auch ähm bei Maxi ja gemacht hat okay wir müssen jetzt hier weg und nicht bis auf biegen und brechen ich glaube das zeigt doch relativ viel und deswegen ist es ein finde ich nicht ganz trauriger ein ganz trauriges Missverständnis gewesen dass wir diese Folge genommen haben also ähm die andere Folge glaube ich hätte uns zwar mehr vom PK Manöver gezeigt aber weniger von PK weil die sehr oft auf Riker äh ja das stimmt fokussiert ist und hier ist es tatsächlich ja er ist austauschbar in dem Moment wo er nicht er selbst ist aber die Punkte zwischendurch und ich glaube deswegen sind wir obwohl wir sind schon wieder über eine Stunde ähm die Punkte die wir besprochen haben die zeigen ja wirklich diese Figuren ich glaube da das ist ja das weswegen wir uns ja eigentlich treffen weswegen wir worüber wir sprechen wollen nämlich über den Charakter und da zeigt uns die Folge doch relativ viel ja das ist auch ein ganz ganz nett ganz schöne Abrundung vielleicht mag ich die Folge auch einfach deswegen nicht weil ich die Ferengi in dieser Art der Darstellung nicht sonderlich schätze das unterschreibe ich gut wollen wir irgendwas mitnehmen in die neue Folge äh in die neue Folge in die neue Serie ich glaube nicht dass Ferengi auftauchen das glaube ich auch nicht Frank ich könnte mir das schon vorstellen aber ich glaube nicht jetzt nicht jetzt in besonderem also kein kein besonderer Schwerpunkt das finde ich ist in DS9 passiert und danach noch ein bisschen in Voyager und ja ich finde das Thema davon hatten wir jetzt glaube ich also wie gesagt ich finde ich finde die Ferengi cool und ich finde die haben ihren fairen Part vor allem in DS9 natürlich gespielt und ähm das reicht aber auch ja wie gesagt ich habe das Wort schon ganz häufig gesagt ich hoffe diese Loyalität die ja hier der Stargazer gegenüber hatte ich hoffe dass wir das noch sehen nämlich die Loyalität der Enterprises also der D und E gegenüber oder vielleicht auch noch eine F ich weiß ja nicht auf welche er noch gedient hat aber dass da was kommt Geschichten vielleicht auch mal irgendwo ein Modell oder sowas na das wäre ganz schön ja ein Modell ein Modell auf seinem Schreibtisch zu Hause oder auf dem Weingut oder keine Drohne irgend sowas ja gut dann sind meine Notizen erschöpft ja ich auch wunderbar denn bedanke ich mich bei euch Ausblick sehr gerne genau der kommt jetzt du hast vorhin so schön gesagt ja also Frank du hast gesagt wir hätten uns ja mal so ein bisschen mehr aus der Vergangenheit gewünscht ob PK vielleicht verantwortungslos ist und da passt die nächste Folge nämlich ganz schön wir wollen uns anschauen also ihr liebe Hörer schaut euch das hoffentlich auch noch vorher an wir wollen sprechen über willkommen im Leben nach dem Tode Tapestry das ist die 15. Folge der 6. Staffel und mit den Worten bedanke ich mich bei euch nochmal wünsche einen schönen Tag schönen Mittag schönen Abend und eine gute Nacht bis zum nächsten Mal tschau tschüss hey wir sind Nils Arne und Frank und das war gestern heute übermorgen wenn euch dieser Podcast gefällt dann unterstützt uns doch ein wenig mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net